Hey guys, ich werde zum Spitzeparty heute. Schön, dass ihr taffelt. Oh, Bitcoin steigt. Bitcoin. 0,2%. Leicht abgerutscht jetzt wieder. Egal, kommt später wieder hoch. That's what she said. Mix it, mix it, mix it up. Benjamin. Party, Party, Party. Ich gebe ein Aus. Verklagung schreit. Ich gönn mir. Ich trinke ja normalerweise nicht. Aber heute ist mir langweilig. Ich gebe ein Aus. Ich gebe ein Aus. Leute, Bitcoin steigt. Benjamin. Benjamin. Willst du was sehen? Der will noch eine Umarmung. Auf der Feuer. Okay. Mein Pianolehrer, der hat sich voll gewundert, dass ich das verschwäckern kann. Ja. Wer Geld braucht, ich verschenke grad was. Also ich bin so Allrounder. Ich kann alles ein bisschen. Letzte Schuss. Minus sechs Prozent. Scheiße. Ey, das ist, weil Freitag ist. Ich schwör. Ey, Dad. Kannst du noch mal ein Taus überweisen? Das ist grad scheiße bei mir gelaufen. Ähm. Ich will gar nicht drüber sprechen. Komm. Bitte, Papa. Ja. Warte. 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 Gerade alle busy. Busy, busy, busy. Ich hab Gras dabei. Kannst du noch mal, kannst du mir noch mal ein Taus sehen? Vielleicht? Das fängt doch grad erst an. Jetzt guck, warte doch mal. Es kommt nie wieder vor, ich schwör. Party, Party. Wen soll ich einladen? People are strange. Das ist ne geile Party. Ja, bei mir läuft. Alles cool. Weeeee. Papst, kannst du mir noch eine Unterhose mitbringen, wenn du kommst? Ja, ich geh ja. Ist okay. Noch 5 Minuten, dann geh ich nach Hause. Ist okay, ich geh. Ich geh ja. Okay, Freibedling. Ich wollte eigentlich gar nicht kommen. Männer, die sind alle scheiße aufpacken. Das Glas nehme ich mit. Aber eine Sache möchte ich dir sagen, eure Musik ist scheiße. Die sehen alle kacke aus. Hey Siri. Spiel mein Song. isée, die ist für mich. Ich kochen mir in Sachen wollen. Ich gehe ja האלen. Ich klauche es nicht mejores. Das war'm 701... Weil Sie wieder auf die Woche darauf hinitorsagen können, Ein super zost肯, ihr da ein einfaches kleines Mei honorer oder lange Covid? Bis zum nächsten Mal.